Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Musikstunde in meinem Musikzimmer. Wir spielen heute A vous direz je maman, eine Melodie von Wolfgang Amadeus Mozart. Bei uns in Deutschland ist das Lied auch unter dem Namen Morgen kommt der Weihnachtsmann bekannt. Das ursprüngliche Lied hat nichts mit Weihnachten zu tun. Mozart hatte einen Text, der immer gesungen werden kann. Die linke Hand spielt drei Akkorde, den C, den F und den G7. Die rechte Hand verlässt diese CDE-FG-Lage und es kommt auch mal der Ton A vor. Deshalb machen wir einen Fingerwechsel, aber hört es euch an. Wer mitspielen möchte, kommt näher an die Tasten.